hallo zu unserer neuen erkundungstour folge ja sieht zwar jetzt nicht so aus weil wir noch daheim rumlungern ja aber warte mal ich nehme noch ein paar knochen mit falls ich unterwegs noch ein paar brauchen so wie viele knochen habe ich denn jetzt elf ein paar so bau dir halt gleich noch eine rüstung zur not weil die kann sie auch im inventar haben kannst du direkt anziehen jetzt wird es natürlich dunkel ja vielleicht haben wir jetzt unsere dinge nicht starten können wir können wir schlafen ich glaube nicht das dauert noch dass wir schlafen können natürlich jetzt natürlich jetzt sehr blöd das ist so ein gewisses was wir müssen eigentlich nur an dem strand entlang ja aber ich würde eigentlich gern ach so wir wollen ja in die höhle ja gut aber ich weiß nicht weil wir waren noch nie auf dieser seite doch von da sind wir hergekommen erste folge denn ist ja schon das flugzeug abgestürzt ganz ja aber wir sind da nie weiter gelaufen wir sind bis jetzt immer dann diese richtung zur weibung gegangen sind diese richtung oder in weil dann sind wir halt dann rausgegangen wir könnten mal in diese richtung gehen dort haben sie ja von da sind wir aber hergekommen ja aber nicht ganz in der mitte und dann sind wir nach rechts abgebogen wenn wir dann beim flugzeug sind können wir direkt in die andere richtung weitergehen ja aber ich würde halt versuchen schon in die höhle rein zu gehen wir gefunden haben wir ja dann machen wir halt das schaut jetzt aus verdammte scheiße ja es ist jetzt ein bisschen blöd urscht das überleben wir schon ja ich spreche noch einmal und dann geht's gute idee speichern ja es geht gleich los es geht wartet noch nicht abschalten es geht gleich los gleich jetzt also gespeichert ja jetzt geht es ja und wir können jetzt nicht noch mal zeit verschwenden nee das ist jetzt scheiße muss ich mal was machen kann ich nur steine mitnehmen natürlich nicht gut alter was ich habe mich voll schrocken weil es da blinkt habe ich gebaut immer am strand entlang aber nicht dauerhaft schritten weil es geht voll die ausdauer alter die ausdauer kann man echt ein stück weiche vielleicht ein bisschen aufladen aber wenn ihr plötzlich angreifen dass keine ausdauer bist du voller marsch eigentlich also du bist natürlich am wasser da kann man eigentlich auf dieses war der werk der berg ist doch neu oder ne der war schon immer da ernsthaft ja der war immer da wenn sie mir so noch nie so eurig aufgefallen ist dass das ein fatter berg ist glaube ich ne der war schon immer da ja ich haus dir in deinen eigenen videos an dann merkt es der war auch keine acht dafür bräuchte vielleicht die schneeschuhe weil oben ist ja ja stimmt da könnte man sich einmal eigentlich einmal hoch gehen dann wüsste den leben lassen oder wieder weil ich habe den gar nicht gesehen weil noch gesagt das sind sie ich habe nur gehört ja komm lass ihn obwohl nee weil sonst verfolgen die uns wie die ganze zeit und dann dann läppert sich die ganze kacke wieder komm geht los da ist noch ein lizard, den möchte ich jetzt nicht noch kennen mir jetzt ist kacke egal ob du ein lizard hast oder obwohl essen wir ganz gut fleisch bevor wir in die reingehen ach so habe ich ihn dann ziehe ich ihn auch mal ab kriegen wir zweimal fell und zack er ist es mir wurscht dafür sind ja freunde da ne du tötest es ich nehme es mir da sind immer diese totems hier ja die spawnen glaube ich immer wieder ich glaube nicht mal dass sie die einfach bauen ich glaube die spawnen einfach dort kann auch sein ja ist es ja ist jetzt das paket drin warte hinter den containern waren es doch irgendwann mal dann rechts da rechts war dann noch irgendwann mal dieses Dörflein hätten wir uns vielleicht ein bisschen besser merken sollen ich weiß noch dass die eine ausbuchtung da wo wir uns verteidigt haben gegen ganz viele wo wir uns das Feuer gemacht haben da gegenüber irgendwo müsste glaube ich da vorne sein jetzt ach da sind normal die tür muss sollen wir dann mal schon nach oben schauen nee ich glaube da nicht nochmal hoch wie soll ich denn da noch hoch laufen ja ich versuche es jetzt nochmal vielleicht ist da wirklich nochmal was oben nur um sicher zu gehen ob da wirklich nichts spawnen da oben doch da oben spawnen fast das hast du genommen was ist da eine Flair ah ok nee tut doch nichts spawnen die Flair war ja noch am letzten mal ich vergass da ist wieder einer ja ich sehe ihn gut ähm und glück sind die jetzt nur so einzeln äh rechts alter das sind vier stück lol wo kommen die denn und die denn ist offenbar vielleicht haben wir einfach da gepennt und wir haben das nicht gesehen ja das hat sich jetzt erledigt das ging jetzt älter unsere Waffe ist richtig geil ich hab einfach die ganze Zeit drauf geklopft die auch wenn sie mich angesprungen haben manchmal ja ich kann es ja auch teilweise noch einer oh jetzt hab ich Rüstung versuch jetzt hat er mich einmal erwischt ach das ist natürlich jetzt blöd jetzt bin ich ins Wasser gegangen um das Blut abzuwaschen und es ist mir natürlich kalt ist ja nicht schlimm wir können hier mal so ein Feuerchen bauen wir sollten vielleicht genau in die Höhle ein paar Sticks mitnehmen bevor wir da reingehen so jeder seinen voll machen ich habe sechs Sticks ja ne voll machen jeder voll machen weil dann können wir immer wieder Feuerchen bauen für ein Lagerfeuer brauchen wir glaube ich vier oder? oder drei was ja und dann weißt du dann noch so ein ähm shelter zum übernachten weißt du zum speichern und so das wäre doch hilfreich wenn wir uns da voll ausdessen na jetzt wird's jetzt wird mir kalt warte ich mach mal schnell ne Fackel ne Fackel ach da ist ja unsere Feuerstelle ne doch nicht ich hatte mir was geschaut hinter uns wo kommt die jetzt her alter der hat ja auch Vogel hat mich gerade erschrocken wo wo kommst du du also ah jetzt ah shit ah jetzt rollt der auf die Seite der Spaß ach da hinten kommen immer noch welche das kannst du nicht sein warum sehen die uns von da hinten äh vielleicht weil ich es nicht dann gemacht hab ja eins zwei so halt da okay jetzt reicht's langsam ja es ist halt nachten das ist halt das Problem so jetzt weiter ja wir können uns ganz gut verteidigen wir kommen langsam Hunger und Lust wir können uns ja ganz gut verteidigen bis jetzt ja ich hab jetzt auch mal wieder so viel Hunger und Durst ey ach durst gar nicht ja durch das Kämpfen irgendwie das braucht so viel Energie irgendwie jetzt holen wir uns erstmal auf uns erstmal die Sticks voll würd ich sagen ja ich speicher aber mal ganz kurz bei so nem Zelt ja das ist ne gute Idee da liegen ganz viele Sticks rum irgendwie nett z speichern und hey wir könnten übernachten wollen wir übernachten? ja bevor wir die Sticks holen komm geht los komm das ist ne gute Idee so sehr schön da speichere ich nochmal ist hier nicht sogar die Höhle? ja genau hier ist genau die Höhle hier ist ein Eingang und da vorne war noch mal Eingang aber ich denke jetzt einfach mal dass das ja weil wir haben ja Hoffnung wir haben ja da die ewig große Höhle gefunden ja und da haben wir ein bisschen Hoffnung wir müssen irgendwie hoch zu dem Wald da da haben wir Hoffnung dass das vielleicht dort runter geht das wäre natürlich mega nice ah genau hier ist die Höhle die ewig's große die ich meine die ist schon mega groß ne das ist ja schon so Sticks natürlich alter jetzt sehe ich nicht einen einzigen Busch wo ich so Sticks herkriege das ist grad echt hallo ich find grad keine Sticks siehst du Sticks irgendwo? ja ich hab da grad durch Totems welche ja Totems ist ne gute Idee zack auch da krieg ich auch noch ein bisschen closes wird davon pass scheiße und dann essen wir und trinken wir noch immer bevor es los geht machen wir uns kurz ein Lagerfeuer und dann gehen wir rein ach hier liegen auch noch stick closes closes stick stick closes closes versuch grad auch was sein raus ich mach schonmal das Feuer ach so ok Seil Seil da 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 ist auch noch ein Totem was er ich habe das jetzt gibt ich mag das doch nicht trinken wasser getrunken drückt man hier aber hier voll zu machen die sticks das ist gar nicht was ich habe jetzt sieben sticks gesammelt insgesamt ich finde hier keine büsche oder so einfach wir haben glaube ich daheim echten guten platz von sticks her und so ist schon ein behinderter nach sticks jetzt ist ja totum schmied habe ich doch hat kaputt gemacht genau den habe ich gerade kaputt gemacht da oben laufen da oben laufen ist ja wie behindert ganz viele vielleicht lassen sie uns erinnerung alles nicht viele mann erschreckt mich doch nicht so so wie wir wollen der ist ins lagerfeuer reingefolgen ja das ist kein problem hey der verbrennt bei lebendigem leib oh es ist ja tot hey vielleicht kriegen wir gleich noch ja wir wollen natürlich jetzt gleich in die hülle reingehen was heißt gleich aber wir wollen uns erstmal wirklich ausrüsten wirklich damit wir da drinnen keine probleme kriegen das letzte mal ich habe jetzt neun sticks ok warte vielleicht bräuchte noch ein paar sticks ich laufe mal ein stück weiter hier ist ein zelt ach hier ist die andere der andere hülleneingang naja und habe ich glaube einfach mal ist ich glaube dass es die gleiche hülle ist weil die so nah beieinander sind die eingänge ja wahrscheinlich hier sind zwei sticks drei sticks der bringt mir natürlich keine sticks das kann es doch nicht sein wo sind hier so scheiß sticks da liegen ziemlich viele sticks auf dem boden rum ja hin und wieder aber ich bin echt ich bin echt hin und wieder alle ich kann keine sticks mehr aufnehmen ich habe jetzt voll wie viel hast du jetzt 20 ich bin jetzt bei die fliegen bei mir überall auf dem boden rum oh gott ja und wo direkt weil ich habe ja schon ziemlich viel aufgehoben immer von dem boden eigentlich aber alter ist hier ein grill ich mag den grill mitnehmen hier man das wäre geil kann man leider nicht mitnehmen schade hm na gut also ich wäre jetzt bereit da ist noch ein toten ich habe jetzt gegessen und getrunken ich weiß dass man die nicht kaputt machen kann und dann dadurch sticks bekommen kann das wäre geil da kaufen wir diese knochen das ist sehr schön ja bist du jetzt mal so weit da ist ne missart sonst kommen wir in der folge wieder nix zu ja ich kann ja nix dafür dass ich keine sticks finde oder es ist wirklich nichts hier ich muss jetzt echt da hochlaufen zum dem toten um ein stick zu bekommen ey seit wann liegen hier eigentlich die leichen rum was ist eigentlich für leichen die hier rumliegen fällt mir gerade so auf die habe ich vorhin schon gesehen was glaubst du das sind eingeborene oder sind das die leute die da die zelt aufgeschlagen haben ich glaube eher das sind die leute die da ein zelt aufgeschlagen haben die armen hey hier liegt ein baum ah hier habe ich einen schönen stickbaum jawoll dich habe ich gesucht zack 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 wie viel habe ich jetzt 17 drei brauche ich noch ach hier gibt es sticks ja hier gibt es genug sticks ja das sind die leute von den zelt weil der eine hat einen gürtel wenn ich das richtig erkennt na gut so jetzt bin ich voll mit sticks jetzt muss ich noch was essen trinken und extra kauen dann haue ich mir ein lizard rein neben meinen topf der leer ist verdammte scheiße warum ist der leer warum ist der leer warum zum fick ist der leer war hier nicht irgendwo ein see oder so ein großer ne du hast dich nicht sehr gut vorbereitet auf die sie tun doch eigentlich vollgas aber ich kann warum der leer ist das verstehe ich jetzt nicht habe ich das getrunken gehabt ich wollte ihn glaube ich unterwegs aufhören wie kriege ich den wieder weg meine fresse das blöde ist wenn man so einen hasen verfolgt und dann liegen da so viele steine rum die haben die exakt gleiche größe bei mir ist das immer das problem ich schaff es immer den hasen ein bisschen hinterher zu kommen ne aber dann wenn ich immer schlagen will irgendwann mal fast treffe ich hin und dann macht er die animation nach unten schlagen weil mein winkel zu weit nach unten geht ah ok und das ist kacke weil dann den triffst du den nicht weil der fünf jahre braucht um die animation durchzuführen darum mache ich das auch mit dem speer keine zeit für dich oh ich habe hier besuch von zwei ja ich habe von drei besuch aua du machst meine rüstung kaputt du bist ja komm schon jetzt ach hier ist wasser ich habe gewusst dass ich irgendwo wasser gesehen habe merkt ihr das mal dann komme ich mal zu dir bring mal eine leiche noch zum feuer der andere wird mich schon verfolgen hier sind gerade aber vier stücke ich bräuchte vielleicht mal Hilfe ach du scheiße unten am strand fuck ok in der folge kommen wir schon wieder nicht dazu nee ich glaube nicht ja wenigstens sind wir schon mal hier es ist sorry leute wir planen zwar es ist auch unser ziel das zu schaffen aber das ist wahrscheinlich auch die 20 minuten folgen das ist einfach nicht machbar ja 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 so nummer zwei ist weg so eine zweite leiche nochmal drin hoffentlich bekommt ein liste das ist kein nebengeschmack von leichen ja bestimmt so ich habe jetzt auch nochmal drei alter warum höre ich mich das doppelt das gibt es auch manchmal nicht manchmal höre ich mich so hallen so ein bisschen ne jetzt müsste es wieder funktionieren so was meinst du ich töte ich komme nicht dazu mein Ding auszurüsten es ist klar wenn wir immer angegriffen werden wir kommen nie zu irgendwas verdammte scheiße ach jetzt war riskant was ich mach ja ein knochen zu wenig hier ach jetzt komm her ich kann mich das kann doch nicht sein du blöder sack alter lass du mich jetzt so du musstest vorher nochmal neu anmachen schon die sind überall ich töte grad und töte und da kommt wieder der nächste hast du denn das eigentlich schon gegessen? ne hab ich nicht aber ich habe noch einen gerade bekommen falls der andere weg ist fix er ne ich lass dich halt anzünden gern feuer jetzt gehts meine achso ich bin doof andere richtung ich wollte grad nach hause laufen alter da ist schon wieder alter das kanns doch nicht sein meine Fresse oh shit alter bei mir sind zwei stark gell oh shit alter was heißt stark? Mutanten nein das nicht aber au ok sie waren mal stark alter früher waren die immer so stark irgendwie ja irgendwie schon ne du gehst da rein alter jetzt habe ich schon fünf Leute verbrannt und du suchst immer noch Sticks ne Sticks habe ich schon lange jetzt habe ich ja das Wasser gesucht und jetzt habe ich Wasser gefunden und jetzt komme ich runter weil ich habe grad keine Ausdauung ach stimmt da hinten ist das See ja jetzt koche ich das Wasser ess mein Ding und dann können wir nochmal hochgehen die Töpfe auffüllen und dann runter ja ich brauche jetzt nochmal sechs Knochen und dann kann ich mir meine Rüstung wieder komplett herstellen wo ist mein scheiß Ess-Ding? oder hast wieviele Rüsten wieviele Rüsten hast du denn noch? ich bin ein bisschen über die Hälfte ich musste das Essen sonst hätte ich das Feuer nicht anmachen können hat wollte nicht angehren oooh toll so wieviele Knochen habe ich? ich habe fünf scheiße so jetzt aber ich kann keine mehr nehmen nimm du die restlichen da liegen noch Teile das du nicht brauchst ja warte ich muss noch herstellen warte ja aber du hast doch gesagt du hast noch eine Lister da also kannst du ja reinhauen ja ich habe ihn schon reingelegt achso ich zünde ihn ein bisschen wieder an ja gut also das war jetzt die Vorbereitung wir haben jetzt die ganzen Sticks nehmen jetzt noch das Wasser mit und dann können wir endlich mal reingehen ne wieviele Knochen sind da noch ich habe jetzt drei 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 sind noch da glaube ich und dann ist das fertig ja warte den esse ich jetzt noch nicht den esse ich wirklich dann wenn ich hier ich laufe schon mal Richtung See und hole mir Wasser so eat inventory das nein jetzt habe ich es getrunken ich depp auch gut das ist trotzdem noch was drin du hast das klingt wieder kaputt wieso kann ich denn jetzt kommen die schon wieder das ist jetzt nicht dein Ernst oder hier aber ich glaube der hat mich nicht gesehen ich druck mich mal nehm mal ein paar Fische mit drei Stück vier Stück so scheiße kann ich nicht mehr mitnehmen wieso kann man eigentlich nur drei Fische mitnehmen ja ja mais ist halt so so ich habe jetzt voll im See würde noch ein Fisch liegen und könnt ihr es da mitnehmen ja wenn ich nochmal hintergehen und dann auffüllen wenn jetzt das Wasser fertig wäre endlich mal bitte jetzt trinken so sehr schön jetzt bin ich da voll jetzt komme ich zu dir hoch jetzt kriege ich natürlich wieder Besuch muss wieder kämpfen für die Ausdauer und wieder Hunger und was weiß ich und dann muss ich wieder aber das war ne Frage ich habe jetzt schon öfters giftige Beeren äh gegessen ich habe auch mal so ein verschmutztes Wasser getrunken aber bis jetzt ist eigentlich noch nichts passiert das stimmt natürlich ne schaut da ist auch ein Speer drin also liegt das dann sind das wirklich Speere die das bohren ja also komm mal hier hier liegt der Fisch ah ja da ist der Fisch zack und ich muss auffüllen es geht nicht wieso geht das jetzt nicht du musst ein bissel rum eben eher ins flachere Wasser ach jetzt gut gut dann würde ich jetzt sagen wir speichern jetzt und dann gehen wir in der nächsten Folge runter um die Höhle da ist aber wirklich jetzt sind die ganzen Sticks gegessen getrunken ja also wir sollten jetzt eigentlich so gut wie versorgt sein ja ja so dann speicher ich mal schnell so wo bleibst du denn schon wieder? ja ich bin schon unterwegs das totem ist schon wieder da ja ich bin schon unterwegs ja das spawnt irgendwie immer und immer und immer irgendwie die spawnen irgendwie wenn man sich umdreht zack wieder da Nein Hast du Leben verloren Ja, aber ich habe ja die komischen Medi-Dinger da gemacht Wieso springst du auch wieder runter? Ja, ich dachte, das war nicht hoch, Mann Ja, schau doch mal hin Das ist doch höher, als man denkt Ja gut, das stimmt Fall da mal 5 Meter runter So, speichern, wo war speichern? Bei den Zelten Dann speichern ich auch nochmal Zack Zack, jetzt ist eh die Folgeende, normal, oder? Genau Dann hier, geh mal runter Direkt jetzt runtergehen Cool, jo Ja gut, dann bedanke ich mich jetzt wieder zum Beim Zuschauen Das ist ein schwerer Satz Dann bis zur nächsten Folge, ciao Bis zu in der Höhle, ciao